Beeindruckend. Aber wenn ihr meine Flagge das nächste Mal wehen seht, werde ich darunter stehen. Auch gut. Und denn? Was ist denn noch? 20. 20. Okay. Werden schon kommen. Habe ich gar keine Bedenken. Auch wenn ihr immer noch nichts von Sir Longarm gehört habt, seid ihr fest entschlossen, den Tod eures Vaters zu rechnen. Und ihr befehlt, euren Truppen weiter zu marschieren. Jawohl. Bei der Ankunft in der nächsten Grafschaft erreicht euch eine Nachricht von Sir Longarm. Ich sagte doch, ihr sollt behutsam vorgehen. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Im offenen Gelände habt ihr gegen den Wolf nicht die geringste Chance. In welchem offenen Gelände? Hallo? Ich bin mir überhaupt keiner schuld bewusst. Baut eure Streitmacht und die Burg selbst aus und haltet die Stellung, bis Sir Longarm mit Verstärkung eintrifft. Okay. Ihr müsst euch gegen die gesamte Armee des Wolfs verteidigen. Okay. Es wird die größte Belagerung, die ihr jemals erlebt habt. Setzt Ritter ein, um Ausfälle zu machen. Nein. Okay. Okay. Jut. Ritter. Mit Burg. Das ist ja, Boah. Siehst du denn aus? Mit essen. Von wo kommt denn hin? Boah. Ups. Wo kommt denn hin? Boah. Wo kommt denn überhaupt, wenn sie kommen? Was ist das denn hier für Quatsch? Oh. Ist ja süß. Ein Steinbruch raus. Ein Steinbruch raus. Ja, schön, dass wir solche Dinger haben, aber nicht gut mannt. Warum ist denn die runde Fläche hier oben dann nicht auch rund? Eine Botschaft des Wolfs. Meine Männer sind im Anmarsch. Ihr werdet mir keine Sorgen mehr machen. Wo ist denn euer Gnaden? Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. Ey, habt ihr vier mal gekickt oder nicht? Welche Gesse? Euer Gnaden? Ach, jetzt kommen die... Wen habe ich denn da hochgeschickt? Euer Gnaden? Ja, ist ja okay. Kann ja nicht schaden. Das stinkt vielleicht. Mangelbereit, Sire. Ah. Dann bleiben wir. Hätten ein Mäuerchen hier. Bin zur Stelle. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Aha. Also hinten. Die Truppen des Wolfs greifen an. Häuser. Habe ich? Wo ist mein... Mein Verkaufs... Mein Verkaufshaus. Vorwärts, Pekiniere. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? In Bewegung. Waffen geschultert! Vorwärts! Bereit, eure Lordschaft! Zur Stelle! Im Laufschritt! Ah. Man sieht so kuddel-muddelig aus hier. Aha, von da aus. Ja, das ist natürlich blöd ja unsere Armen. Die sind ja natürlich dann voll ausgeliefert. Das ist ja witzlos. Oh, das ist ja... Das habe ich nicht gewusst. Wie es weiß, ist... Jetzt kann ich die Leiter auch nicht mehr wegmachen. Das ist doof. Jetzt weiß ich, wo ich Türme bauen muss. Das hier natürlich... Die Armen. 2000 Gold haben wir. Haben wir denn auch? Achtung! Und... Marsch! Eure Befehle? Rücken aus! Das ist mal da hin. Das ist mal da hin. Bin zur Stelle. Stets zu diensten. Es werden Waffen benötigt sein. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Yo, 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 yo. Was habt ihr vor? Auf die Rösser! In Ordnung. Auf dem Weg. So, dann ist das also mein Haupttor. Warum habe ich denn hier noch eins? Das ist überhaupt kein Tor. Das ist ja kein Tor. Feuer. Die müssen wir haben, ne? Auch die müssen wir haben. Und die hier. Kriegen jetzt. Ach, Mensch. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Das bin ich hier nicht hoch. In Bewegung. Da. Wie lautet der Plan? In den Sattel. Kann ich ja jetzt nicht reparieren, ne? Nein. Wo wollen sie denn hin? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Es werden feindlichen Angriff überlebt. Okay. So. Wie kommen wir das? Jetzt erst mal reparieren. Oh, ne kleine Mäuerchen hier, ey. Was ist das für ein Spielerding? Zu Befehl. Steigt auf, Brüder. Hier ist Tor. Wir benötigen Steine. Ich merke schon. Ich merke schon. Ja, Steine. Aber unser Steinbruch ist ja jetzt im Arsch, ne? Steine. Hm. Steine. Eine Botschaft des Wolfs. Sollte ich euch tatsächlich unterschätzt haben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was war jetzt? Wie viele Teilen haben wir denn jetzt? Aber hier ist ein bisschen mehr Türmehl. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Eure Lautschaft? Freibütteln geht nicht. Nein. Nein, dann bleibt erst mal da. Aber gern. Dann bleibt erst mal da. Wie viel Holz haben wir denn? Ein Holz. Holzverlauben. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Wir benötigen Holz. Ja, ja, ich will. Ach, schade. Es ist schade, dass man das nicht an die Zeit kriegt. Ich meine, die Gold haben wir doch, wenn wir. Da ist doch. Lass uns mal ein bisschen Holz kaufen. So, Holzfäller. Holzfäller. So, also. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Aber das Gebäude kann ich selber bauen. Wir benötigen Holz. Ja. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Dann müssen wir noch welches kaufen. Holz. Holzfäller. 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 Wir brauchen ja Eisen. Holzfäller. 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 Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ich probiere. Entweder sehen sie sie gar nicht. Holzfäller. Wir benötigen Holz. Holzfäller. Ja, aber jetzt müssten wir auch Holzfäller kommen, ne? Spielgeschwindigkeit. Welche haben wir? 35. Gut. Ja. Eine Botschaft des Wolfs. Ihr habt mir viel Ärger bereitet und nun werdet ihr dafür zahlen. Wir benötigen Holz. Ach, stimmt ja. Stimmt ja. Wir haben kein Holz. Bin zur Stelle. Waffen benötigt, sagt. Es werden Rekruten benötigt, sei. Ich müsste hier rüber... hier rüber bauen. Wie sieht's aus mit Steinen? Auch noch nicht. Achso. Ja, klar. Ist ja klar. Ist ja klar. Und los! Die Truppen des Wolfs greifen an. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Sind auf dem Weg. In Bewegung. Rüchten aus. Achem. Hey, rechter Maustaste ist doch... Rücken aus. Sind auf dem Weg. Rechter Maustaste. Scheuer. Vorwärts. Ja, ich bin so. Ich bin so. So. Rücken aus. Ja. Vielleicht rennen sie ja am Steinbruch vorbei. Hier muss ein wenig mehr Feuerkraft hin. Hier ist ein schöner Felsen hier drüben, wo die Eisendinger drauf sind. Und da. Oh, guck. Tunnelbauer. Aha. Ja. Deswegen waren da. Deswegen sah das so komisch aus. Ja, mach mal. Die können doch bei Nunden rauskommen, ne? Schöne. Arme Jäger. Jäger sind so cool. Richtig schmiede. Boah. Geh mal rein. Geh mal rein. Geh mal rein hinten. Oh, ist das gut? Boah. Der Schmiede. Die benötigen Gold. So, wie sie es denn auf einem Eingriff hier? Wollen wir schon Durchbrüche? Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Okay. Wir müssen doch eigentlich... Achtung! Womit? Mit Rüstungen. Nur mit Rüstungen. Haben wir schon Rüstungsspiele oder was? Das sind schon zwei. Dann brauchen wir die nicht. Dann brauche ich die nicht. So. Rüstungsspiele reicht eine. Waffenkammer. Da. 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 Gleich da. So, ein bisschen Platz. Aha. Die haben jetzt die Häuser geplättet. Die haben da alles weggemacht. Der Feind ist bezwungen. Ja, okay. Aber das ist ja keine Lösung. Das ist... Obwohl, da können sie ja auch lang. Ich dachte, wenn ich jetzt hier... Hier rechts von unserem alten Turm... Von dem Viereckenturm noch einen Turm hinbaue. Und dann eine Mauer dazwischen. Eure Beliebtheit sinkt. Auch noch. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eine Botschaft des Wolfs. Könnte mir vielleicht irgendwer diese Pestbeule vom Hals schaffen. Eure Befehle? In Bewegung. Bin zur Stelle. Rücken aus. Wir sind bereit. Gold. Gold. Oh, guck. Steine brauchen wir. Holz brauchen wir auch. Na, wir müssen ja neue Hütchen bauen. Neue Häuschen. Und dann können wir machen die sowieso gleich wieder kaputt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Lass mich doch mal hier rum basteln. So. Kriege ich denn... Hier kriege ich keine Mauer rüber, ne? Ne. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Eine Botschaft des Wolfs. Wir erreichen eure ewigen Einmischungen. Diesmal werdet ihr sterben. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Lordschaft? Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja. Sind auf dem Weg. Bereits, eure Lordschaft. Im Laufschritt! Und... Ach. 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 Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Ja, ist ja okay. Gold haben wir genug. Nahrung haben sie gesagt. Nahrung? Die Truppen des Wolfs greifen an. Habe ich keine Bäckereine, oder? So, weggelein. Zur Stelle! Und... Marsch! Komm! Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt, Sire. Hm. Es werden Waffen benötigt, Sire. Hm. Oh, scheiße. Schwachbund. Stets zu diensten. Auf die Rasse. So. Kann ich zu machen? Da liegt der weiter weg. Aber es ist ja schon mal ein bisschen. Mein Bogen ist euer Pfeile bereit. Was soll konstruiert werden? Heiß wie die Hölle. Ja, das ist blöd. Aber ich weiß noch nicht, wie ich es anders machen kann. Ich habe noch nicht genug Leute. Nicht genug Leute. Ja. 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 gehalten das war eine aktie vorräte sind sehr knapp waffen geschultert hier mein bogen ist euer wir haben beinahe keine nahrung zur stelle mein herr sind auf dem weg eure befehle in bewegung achtung so eine botschaft des wolfs dafür werde ich mich rächen wofür wofür ist mit einem kleinen hatten ja das mache ich auch das mache ich auch jetzt habe ich auch langsam hoher wir sind siegreich sei sehr schön gut mehr wohl mori Vielen Dank.